Ich hab Angst. Wovor? Vor dem Monster. Von dem Produzenten der Re-Animator-Filme. Das Spiel fängt erst an. Ein unschuldiger Mann. Zu Unrecht verhaftet. Ich schätze, heute war einfach nicht ein Glückstag. Kann entkommen. Jetzt ist er die Beute. Los, wenn du mich wächst, dann musst du kommen und mich holen! Eines Jägers. Eines Geschöpfes der Natur. Wovor! Experimente mutiert. Programmiert, um zu töten. Wenn ich... Was ist das? Ein Rottweiler. Der Mensch gegen die Bestie. Wer wird überliegen? Wo bist du denn? Wirst du nicht mehr mithalten? Rottweiler. Auf DVD und Video.